Hey, ich bin Vaskal und du bist geil und sehe ich, wie du eingeschaltet hast. Das ist ein Testvideo, zum herauszufinden von der Lautstärke her, wie laut das ich reden muss und natürlich auch vom Format. Ich will eigentlich das Video einmal aufnehmen, so dass ich es einerseits auf Hochformat machen kann und dann auf normalen Format. Genau. So, das war's.